Replikenwissen Herzlich Willkommen zur Ausstellung Replikenwissen, eine Archäologie vervielfältigter Vergangenheit. Für mich als Kurator und meine Kollegin Dr. Anna Simandiraki-Grimshaw gibt es nichts Spektakuläreres als Repliken. Hier findet die Vervielfältigung des Wissens statt. Statt einmal fixierter Originale präsentieren wir unzählige Wiederholungen, unzählige Variationen von bekannten Objekten. Sie sind es, mit denen Geschichte oder das, was wir dafür halten, laufend in der Gegenwart konstruiert und verbreitet wird. Wenn Sie unsere Ausstellung besuchen, werden Sie Repliken kennenlernen, bekannte Objekte aus der griechisch-ägeischen Bronzezeit, die unter anderem in Actionfilmen, in Science-Fiction-Serien, in der Literatur, am Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag, aber natürlich auch in vielen Museums- und Privatsammlungen zu finden sind. Dort sehen wir die Herstellung, den Vertrieb und die Diskussion um das Wissen über Repliken aus ganz unterschiedlichen Perspektiven. Wir haben diese Dinge zusammengetragen und angereichert mit dem Wissen von Künstlerinnen und Künstlern, unseren eigenen kuratorischen Positionen und dem, was wir von vielen Partnern und Freunden im Lauf von 2 an Forschungsgeschichte lernen könnten. Herzlich willkommen. Kommen Sie mit auf diese Reise in die vervielfältigte Vergangenheit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017